Hallo und willkommen zurück zum Immernoch Tag 2 bei Animal Crossing auf Nataris. Und ja, wir haben schon viel erledigt. Wir haben gerade das Museum ausgebaut. Also das wird jetzt ausgebaut. Wir waren zum ersten Mal tauchen. Wir haben Sachen gesammelt, Steine abgefarmt. Und ja, das erste Mal Gruppengymnastik war auch gerade. Gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir mal eben noch unsere Taucherrungenschaften, die nicht ins Museum gehören, verkaufen. Und dann begeben wir uns das erste Mal in neue Gefilde. Und zwar auf eine Meileninsel. Und vielleicht finden wir auch einen hübschen Bewohner. Also Tom Nook hat uns ja ein Meileninsel-Ticket hinterlegt. Und ich muss mich hier jetzt ein bisschen ausrüsten. Und zwar möchte ich ganz gerne Ähm Ja komm, die erste nehmen wir komplett mit. Falls wir auf eine Meileninsel kommen, auf der keine Äste sind, würde ich die nämlich gern mitnehmen. Das legen wir ab. Wackelangel. Das legen wir ab. Und sonst würde ich tatsächlich alles mitnehmen. Meine Wackelschaufel wird bald kaputt gehen. Äh, ja. Die Kirschblüte lassen wir nur noch weg. Also gut. Begeben wir uns zum Flughafen. Von Nataris. Es ist gar kein NPC auf der Insel. Es sollte nicht am zweiten Tag dann auch ein NPC hier sein? Vielleicht liegt Bolivar am Strand, aber dann hätte er ja mitgemacht. Bei der Gymnastik, oder? Naja, das finde ich vielleicht noch später raus. Aber jetzt gehen wir erstmal los. Okay. Hallo Bodo. Ich bin Bodo, das Bundpersonal für Dodo Airlines. Dodo Airlines. Die Crew mag flugunfähig sein, aber das hält uns nicht ab. Von hier aus kannst du andere Inseln besuchen, Freunde hierher einladen oder Überraschungstouren machen. Oder wir bieten hier am Flughafen auch einen Postdienst an. Jeder freut sich über eine Karte, oder? Wenn du jemandem eine schicken möchtest, schau dir unseren Kartenständer da rechts an. Übrigens, du bist doch Simseller, stimmt's? Ja, die Insel ist klein. Der macht sowas schnell die Runde. Ich habe gerade von Tomluck ein Meilenticket mit dem Namen Simseller darauf erhalten. Das wäre dann also deins. Wenn du es einsetzen möchtest, sag einfach, ich möchte fliegen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte fliegen. Ja, das Meilenticket möchte ich gerne nutzen. Auf geht's. Also unsere allererste Meileninsel. Ich weiß, wir werden noch viele, viele, viele Meileninseln sehen, aber die allererste ist doch irgendwie besonders, oder? Ich muss sagen, generell habe ich in den ersten Tag und den zweiten Tag schon viel geschafft. Also, das geht echt flott. Bist du das erste Mal mit auf Tour, dann mache ich dich mal mit ein paar Grundlagen vertraut. Wer was findet, der kann es auch behalten. Egal ob Holz, Obst, Fisch, hast du Platz, nimm es mit. Zweitens, wer ein Werkzeug vergisst oder sonst wie vergeigt, der kriegt es ersetzt. Aber nur für Meilen. Da wären wir auch gleich bei der goldenen Regel, die du dir am besten hinter das Erohr schreibst. Alles, was hier bleibt, bleibt auch hier. Firma, du siehst diesen Ort nie wieder. Ich auch nicht. Niemand. Noch auf den Rückweg verbrenne ich eigenhändig den Flugplan. Wegen der Sicherheit. Mehr sage ich nicht. Also, schwer ab. Und wenn du in der Patsche steckst, frag einfach, was würde Pilotendodo tun? Okay. Jetzt müsste doch eigentlich hier auch ein Bewohner sein, weil dann... Ja, guck mal, hier ist doch ein Haus. Ein Krokodil. Ja, ja. Schön, der Krokodil bleibt da. Genau, und die machen wir jetzt auf jeden Fall leer. Also, ich habe mir jetzt gar nicht genau angeguckt, aber ich glaube, es war eine normale Maleninsel. An einen Freund fremder Flaschen. Und die haben wir doch gerade schon gelesen, oder? Nee. Es ist an der Zeit, die Jungspunde da draußen mit meiner genialen Bastelanleitung zu beeindrucken. Wer immer du bist, hoffe, du bist in Bastelstimmung. Oh, ein Gefängnisgitter. Ja, womit fangen wir jetzt am besten an? Gut, hier hoch können wir natürlich noch nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte, wir kriegen keine Erhöhungen, wenn wir doch keine Leiter haben. Aber das ist nicht so schlimm. Achso, ich wollte mir die Insel angucken. Aber das sieht mir aus wie eine normale Insel, ja. Also, was ich immer mache, als allererstes. Fange ich hier unten an. Machen wir uns erstmal noch eine Wackel-Axte. Ich habe ja extra Sachen dabei. Und da werden wir sicherlich zwei, drei brauchen. Das heißt, ich mache mir mal zwei. Huch, mein Kopfhörer knackt. Okay, dann... ...packe ich den Kescher aus. Dann gehe ich eigentlich immer zuerst nach links. ...und schüttel die Bäume durch. Huch. Guck. Genau deswegen schüttle ich die Bäume durch. Weil man einen Gartenstuhl bekommen kann. Ne, man kann alles bekommen, aber... ...Gartenstühle finde ich am besten. Und jetzt suche ich eigentlich... ...nur noch... ...die Wespen. Da sind sie. So. Das war's schon mit dem Schütteln. Also, wenn ich das Item und die Wespen habe, dann schüttle ich tatsächlich gar nicht mehr. Dann können wir... ...starten mit unserer Wackel-Axt. Und zwar... ...als erstes mache ich immer das Holz. Am liebsten habe ich dafür tatsächlich eine normale Axt. Weil dann... ...hat man richtig Erfolg, wenn alle... ...abgeholzt sind. Also, finde ich zumindest... ...dann fühle ich mich irgendwie immer besser. Jetzt hätte ich auch sehr viel geschafft. Wenn hier rum... ...so viel Zeug liegt... ...kann man nicht so gut... ...draufhauen, dann kommt kein Holz raus. Je nachdem, wo man steht. Deswegen stelle ich mich da auch ganz gern um. Nach oben können wir ja nicht. Das heißt... ...hier fehlt noch die Palme. Und wir nehmen auch Palmen mit. Das machen wir aber gleich. Also, das mache ich immer bei einer... ...ganz gewöhnlichen, normalen... ...Insel. Da geht die Wackel-Axt kaputt. Das ist nicht schlimm. Aber ich muss ein Strichchen machen... ...auf beim Zettelchen. So. Da war ich jetzt, ehrlich gesagt... ...gar nicht drauf vorbereitet. Aber... ...das ist nicht schlimm. Wir haben hier noch welche... Also, ein Krokodil kann ich mir jetzt... ...auf meiner Insel nicht vorstellen. Deswegen... Hallo, kann ich hier vielleicht rüber? Habe ich den nicht gerade ausgewählt? Deswegen... ...bleibt er hier. Ich glaube, er heißt Frederic. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Komm, wir sprechen hier mal an, wie er heißt. Markus. Okay. Hallo, Markus. Es war sehr nett mit dir. Aber das war es auch. Wie so ein Date... ...man so ein Date absagen muss. So. Ich glaube, hier vorne war kein Baum mehr. Nee. Da würde ich jetzt nur noch... ...bisschen Unkraut mitbringen. Einfach nur für den Meilenerfolg. Blumen. Gucken wir mal, ob wir gleich noch Platz in der Tasche haben. Und dann... ...nutze ich hier den Baum schon als Loch. Und dann ab geht's. Perfekt. Das war... ...perfekt. Das restliche Unkraut, also wenn ich den Meilenerfolg dann habe, werde ich das einlagern, falls wir doch irgendwann mal einen Steinkreis machen wollen. Aktuell... ...warum drücke ich denn eigentlich immer nicht? Ähm... ...aktuell... ...sehe ich mich da nicht. Beziehungsweise... ...ich weiß nicht, wo ich denn hinmachen sollte. Also ich hätte da schon Bock drauf. Keine Frage. Aber ich weiß nicht, wohin. Weil ich ja noch gar keinen Plan habe, wo was auf dieser Insel hinkommen soll. Also von dem her... ...warten wir mal ab. Nein, ich wollte es ausgraben. Hier. Genau. Das war das Ende der Wackelschaufel. Das ist aber nicht schlimm, weil wir haben ja noch eine Schaufel bekommen, vorhin von... ...Andrea. Jetzt darf man auf gar keinen Fall auf die Steine ein-ein-dreschen. Weil dann... ...gehen die kaputt. Wenn da oben links so eine Eins steht. Dann hat man nichts gewonnen. Die Mupfel nehme ich natürlich auch mit. Aber jetzt... Ich habe da hinten angefangen. Ich bleibe jetzt auch bei hier hinten. ...dass ich hier die Sachen noch einsammeln kann. Und ich glaube, dann können wir auch schon fast... ...den Laden platzieren, oder? Also... Ich kann mir gut vorstellen, dass das heute... ...noch stattfinden wird. Da ist noch ein Hölzchen. Da ist noch ein Unkräutchen. So. Oh, guck mal, wie viel Eisenerz da rauskommt. Das ist ja richtig gut. Dafür, dass ich es einmal verkackt habe, aber... ...nicht so schlimm, ne? Bei so viel Eisenerz... ...ist das nicht tragisch. Schade, dass man nicht hoch kann. Also, dass man tatsächlich eine Insel bekommt... ...wo man auch hochklettern könnte. Ich dachte, wir kriegen auf jeden Fall eine flache Insel. Hier kann man dann immer die Bäume nutzen. Okay, das hat aber jetzt geklappt. Also, ich wollte dir nochmal zeigen, ne? Es ist tatsächlich noch der 1. April. Äh, Moment, wie kann ich das jetzt nochmal machen? Hier. Ne, das ist der falsche. Hier, der ist es. 1. April, 15.30 Uhr. Nicht, dass mir hier vorgeworfen wird, dass ich weitergespult habe. Weil ich echt sehr effizient bin heute. Mit der Insel. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal auch schon so effizient waren. Muss ich ehrlichgeweise gestehen. Also, es ist immer noch Tag 2. Okay, das war der eine. Ich glaube, wir haben jetzt hier keinen Stein mehr, oder? Ne, der andere ist da oben. Okay. Dann, was ist schon hier? Ich glaube, ja. Jetzt können wir mal gucken, wie gut wir im Ladenbau gedöhnt sind. Das ist tatsächlich nur eine Wackelachs kaputt. Ne, gut, ich werde auf meiner Insel ja noch ein bisschen Holz farmen. Äh, ich möchte zurück. Ne, wir haben alles dabei. Den Gartenstuhl, das ist vor allen Dingen richtig cool. Der passt genau dahin, wo auch das Kochfeuer und so steht. Das finde ich richtig gut, dass wir den Gartenstuhl bekommen haben. Jetzt, wenn die Farbe noch cool ist. Das ist das Beste. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass wir keinen NPC haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den Strand entlang. Bestimmt ist Gulliver hier irgendwo. Normalerweise sollten wir eigentlich einen NPC haben. Hallihopp. Ne, wir ist er nicht. Ich höre ein Geschenk. Oder? Anscheinend nicht. Das ist hier ein bisschen chaotisch, ne? Aber so ist es nun mal wenn man am aufräumen ist. Hartholz. Weichholz. Lehm. Und Stein. Also gut, wir haben 30 Eisenerz. Boah, das ist am ersten Tag. Also am ersten Tag, wo wir... Wir konnten ja gestern nicht, weil wir ja unsere Wackelschaufel kaputt gemacht haben. Wackelschaufel. Wackelachs kaputt gemacht haben. Gut, aber den möchte ich eh behalten. Das Eisenerz möchte ich auch behalten. Und die 30 Hartholz möchte ich auch mitnehmen. Für den Rübenbau. Äh, für den Rübenbau. Für den Ladenbau. So. Das verkaufen wir, das verkaufen wir, das spenden wir. Das verkaufen wir und Kokosnüsse heben wir auf. Und dann pflanzen wir noch eben eine Palmy. Hier hin vielleicht. Ich kann ja dann ein paar Früchte tragen. Und hier würde ich auch eine machen. Okay. Äh, ja. Gucken wir mal, ob jetzt noch hier irgendwo jemand ist. Aber erstmal gucke ich noch meine Meilen an. Okay, wir müssen noch einkaufen gehen. Das machen wir im Automat gleich. Sonst die Nugmal Plus nur noch Geld ausgeben und noch einen Sekt fangen. Ja, sollten wir hinkriegen, ne? Das sollten wir hinkriegen. Dann ist tatsächlich heute kein NPC da. Wenn er jetzt... Wenn Gulliver jetzt auch nicht hier ist. Sehr mysteriös. Vielleicht wäre dann heute ein anderer NPC da gewesen. Jetzt brauche ich nur noch ein Insekt für die täglichen Aufgaben. Vielleicht könnte ich das hier noch gerade finden. Ja, genau. Oh. Also mit dem Kescher, ne? Das übe ich nochmal. Ist aber auch immer so, wenn jemand zuguckt, ne? Dann funktioniert es eh nicht. Okay. Das war die nächste Meilenflussaufgabe. Dann geben wir jetzt noch Sternis aus. Ups. Wir wollen hier rein. Haben wir eigentlich hier schon heute reingeguckt? Ne, hier war immer noch nichts drin. Okay, dann. Gibt's hier überhaupt irgendwas, was wir haben wollen? Werkzeuge. Ne, das brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Ich brauche, glaube ich, erstmal nichts. Nook Shopping. Ja, dann kaufen wir doch mal den Campingtisch. Ey, wir haben schon auch echt viel Geld. Ich bin ein bisschen erschüttert. Ich habe keine Sachen verkauft. und wir haben echt viel Geld bekommen. So, die Sachen gefallen mir nicht. Habe ich das Magazin gekauft? Ich weiß es nicht. Ich bestelle nochmal eins. So einen Pilz finde ich halt auch schon cool. Aber das brauche ich nicht. Erstmal noch nicht. So einen Pilz könnte man schon bestellen, aber sonst haben wir so viel. Äh, ja. Jetzt möchte ich gerne noch mein Kram verkaufen. Als allererstes. Muscheln, 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 Muscheln. Birnen. Unkraut. Wespennest. Korallen. Muscheln. Ja, der, den nicht, den nicht. Okay. Wir kriegen halt auch echt viel Sternis. Sehr verrückt. Okay, da haben wir noch ein paar Meilensachen bekommen. Okay. Ist hier noch was? Okay. Dann zum Ladenbau. Mhm. Ich möchte gerne was beitragen. Ja, ich möchte alles spenden. Habe ich zwar nichts mehr, aber ist okay. Ich werde gleich noch die Insel abholzen. Ein blau-grau Marokko-Boden, eine Eismaschine und eine Graufliesenwand. Mhm. Danke. Eine Kleinigkeit nur, wo wir jetzt alles beisammen haben, mit dem Ladenbau loslegen können. Bei ihm wackelt die Nase auch, wenn er spricht. Das ist so süß. Könntest du bestimmen, wo er stehen soll? Ja, okay. Mhm. Okay. Wir bestimmen, wo der Laden steht. Ich dachte ja mal hier. Moment, wir gucken mal nochmal auf die Karte. Ich dachte ursprünglich hier. Hier daneben vielleicht. Sodass er vielleicht bündig abschließt. Lass uns das mal sehen. Vielleicht müssen wir noch eins nach hinten. Oh ja, ich glaube, ich würde nochmal versuchen, eins nach hinten zu gehen. sonst finde ich die Position recht gut. Vielleicht eins noch so. Äh, mal sehen. Meint ihr, der schließt bündig jetzt oder war es vorher besser? Ich glaube, vorher war es besser, ne? Es sieht halt so aus, als würde es nicht bündig abschließen, aber auf der anderen Seite, pfff. Hier ist gut. Ach Gott, was mache ich denn jetzt? Ja. Ich wollte eigentlich erst mir nochmal angucken. Na gut. gut. Aber, naja, so ganz bündig schließt er nicht ab. Aber gut, das ist auch nicht sein Ursprungsplatz. Jetzt gehen wir nochmal zu Tom Nook. Ich glaube nämlich, das war es, was wir jetzt hier am Tag 2 machen können. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier weiter geht. ich gehe nochmal raus. Ich glaube nämlich, dass der Laden stehen muss, damit wir die Brücke bauen können. Glaube ich zumindest. Also, dass der Laden gebaut sein muss, ne? Das wäre dann morgen der Fall. Das kann ich jetzt nicht. Ich habe heute schon einmal gespult. Okay. Er gibt uns auch keine Tipps. Das heißt, das war's. Wir gucken uns jetzt noch unsere Belohnungen an. Und dann sind wir zumindest fertig mit Tag 2. Tag 3. Und dann hoch, dann wird nur noch, ja, dann kommen dann erst Videos zu Mittag 3. Also, für dich macht es keinen Unterschied, weil ich das Video aufnehme, weil es verzögert sich alles eh ein bisschen. Grau Fliesenwand. Die machen wir mal an die Wand. Ah, nee. die Eismaschine finde ich eh cool. Blau-grau Marokko-Boden. Nee. Und die Eismaschine. Ich werde jetzt nur noch ein bisschen Holz farmen und etwas basteln. Oh, nee. Ah, ja, jetzt ziehe aus. Und ein bisschen was basteln vielleicht und das war's. Mehr im Tauchen. Das ist jetzt alles, was heute noch geplant ist, aber das glaube ich dann tatsächlich wirklich ein bisschen langweilig. So, wir räumen noch auf. Hier sind unsere ganzen Insekten. Ich denke immer, hier kommt ein Geschenk. Ich habe das Gefühl, was ich hier immer höre. Immer hier bille ich mir ein. Na gut. Aber dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs zu sehen. Wir machen hier noch ein kleines Fotochin. Mitschlepp. Der darf auch mit drauf. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer du dieses Video geguckt hast. Ich hoffe, es gefällt dir bisher auf Nataris und du vermisst Dunkelheim nicht allzu sehr. Aber ja, ich habe es sehr viel Spaß. Also dann, bis bald. Tschüss.